Okay, willkommen zurück zu Terminator Ressaisons, und zwar das Unbekannte, suche die Gegend nach Soldaten des Widerstands ab. Dann werden wir das mal machen, let's go. So, Fertigkeiten. Schlösser knacken, nee. Härte können wir noch machen. Sehr schön, und weiter jetzt. Okay, ungefähr 300 Meter. Ja. Ziemlich ruhig hier. If anyone's hearing this, please respond. Hm, hier ist keiner mehr. Boah, was ist das denn für ein Teil, krass. Ist anyone else out there? Nee. Hier ist keiner mehr. Komplett ausgelöscht. Boah. Oh, was ist denn jetzt los? Ha, einige Stunden später. Sorry about that, Sergeant. The Infiltrators took some of our key positions, so we're extra cautious. We know that you were joining us in the North Division. That would have never happened. You know who I am? We all do, Sergeant Rivers. John Connor told us about you. He said you come and bring those coordinates. How did I know I'd have them? Na ja, dann werden wir da mal hinspazieren zu denen. Aber seht hier müdlich aus, hier. Hm, wie sie alle am Lagerfeuer sitzen. Oh, sie sind aber gut ausgerüstet hier. Alles am Start. Kann man nicht hier öffnen? Nee, leider nicht. Boah, was ist das denn für ein Teil? Commander. Sergeant Rivers. I've been expecting you. I took the liberty of collecting the Central Corps' Koordinates you brought us. I hope you don't mind. Not at all. Are we preparing to attack the Corps? I've sent a unit to do that. We're getting ready to strike the time displacement equipment. Very soon Skynet will realize that they're losing this war. So they'll try to send infiltrators back in time to prevent that from happening. Do we stand a chance? Thanks to the security codes that Mack provided, we've been able to seize control of an HK-Tank for the first time. It should give us the advantage against Skynets defense grid. We'll smash it once and for all. I understand that all this might be confusing to you. So if you have any questions, now is the time to ask them. How did you know that the Central Corps wasn't at the observatory? Understanding the changing nature of time travel made me anticipate the most unexpected events. So when I learned from a mutual friend of ours that a Terminator was sent back to our time, I suspected the future I was told would change. What do you mean? When that Infiltrator connected to Skynet, it warned them about the attack on the observatory. They had to move the Central Corps, otherwise they would lose again. Unfortunately, the intel we received came at a cost. But if there was any other way, I would have taken it gladly. Wer ist der Fremde? Wer ist der Fremde? Warum bin ich denn zur Terminierung markiert? Warum bin ich denn zur Terminierung markiert? Du bist derjenige, der die richtige Location des Zentralen Corps. Du bist der Messenger der intel, der könnte zu Skynets Anfall führen. Ich bin sicher, dass du das Rest ausführen kannst, wenn das Zeitpunkt kommt. Aber jetzt möchte ich dich vorbereiten. Heute Nacht, Soldat, wir stoppen Skynet. Frontlinie John Connor sah alles voraus. Was dann geschah? Er wusste, dass Skynet versuchen würde, uns zu täuschen. Und er hatte den Glauben daran, dass ich ihm diese Koordinaten bringen würde. Der Name Connor war schon immer ein Synonym für Hoffnung. Und jetzt weiß ich auch warum. Ich glaube daran, dass er uns durch diese letzte Schlacht führen wird. Okay, Mission abgeschlossen. Ich sprich mit Connor. So. Kein Schicksal, Mission hinzugefügt. Gehe was, was du brauchst, Sergeant. Äh, ja, dankeschön. Äh, sieht gut aus. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, ja. Endlich mal hier neue Waffen am Start. Plasma Minigun. Ja, könnte man eigentlich auch mal mitnehmen. Hier die Shotgun. Hier das kann. Eigentlich alle draus, aber komm. Ich bin jetzt nicht so schlecht aus. Sgt. Rivers, es ist Zeit. Ich möchte, dass du ein Team von meinen Soldaten anstecken und in Skynet schmierst. Wir müssen diese Turret zu erreichen, um zu der TDE zu kommen. Aber nicht schuldig. Es liegt in meinen Händen. So, jetzt kommt doch mal richtig Action. So, die Waffe möchte ich nicht mehr drin haben. So, endlich mal neue Waffen, sehr schön, werden wir gleich mal alle ausprobieren. So, nicht schlecht. Ja, geht schon gut ab. Noch in Schuss. Naja, zwei. So, Schilmoni mitnehmen. Ey, rutsch mal, danke. Oh, der ist aber hartnackig. Oh, schilmoni mitnehmen. Weg, fahrs drin hierrand. Oh, wie viele hier kommen. Echt irre. Der letzte Part ist immer der Beste. Panzer, geil. Okay. So, ich muss erstmal hier schön fleißig Muni ein sein. Okay. Haben wir hier noch so ne krasse Bombe? Ja. Komm, alle drauf schießen dann. Oh, da sind ohne andere, okay. Oh, war das knapp. Und Feuer. Oh, der ist ja. Oh, oh, oder? Oh, und ne Lufteinheit, ne. Oh, Panzer wär nicht schlecht. Oh, die Waffe ist schon echt gut, ey. Aua, geile Waffe, ey. Ich bin dabei. Die Lufteinheiten ist ein Problem. Erstmal hier. Muss ich einsammeln. Zerstöre, Skynet, ja. Haben wir hier noch Munition drin? Ne, shit. Oh, hier ist was los. Nun kaum noch schon, ey. Oh, und die Waffe glüht, ey. Ja, perfekt. Oh, holy shit, Alter, ey. Waffe, tut mir. Sos, wir brauchen die Flos! Komm in den. Waffe das eine Gefängnis. Komm zurück, komm zurück. Oh, was ist das? 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 Boah, höre, Alter, was hier abgeht, ey. Da haben wir halt voll. Durchbreche das Verteidigungsnetz mit der HK-Panzer-Unterstützung. Alles klar. Jetzt geht's aber los hier. Oh, fettes Teil, ey. Oh, fettes Teil, ey. Aber jetzt wollen sie es aber wissen, ey. Oh, alles einsammeln. Oh, der macht mich platt, ey. Oh, alles wackelt hier. Oh, heilen, nachladen. Du hast keine Chance. Oh, ich muss zurück. Bisschen zu heiß da vorne. Das ist schon ein geiler Teil. Okay. Ich bin ein paar Worte. Ich bin ein paar Worte. Das ist es! Das ist das Lab, das die Zeit-Distplacement-Thinge! Spread it out! Jo, den wenn man nicht bleibt, kriegen den Großen. Dann müssen wir auf den Großen warten, ja. Komm, sieh sieh sieh! Oh, war das knappe! TDE just went online! I repeat, TDE just went online! Rivers, there's no stopping now! Komm, mach den Plot! Oh, und die Waffe blüht! Bulmerfish, take cover! Boah! Mann, wie viel hier kommt. Aber der große ist noch ein Problem, ey. Oh, ich muss mich heilen. Kommst du ins Schwitzen, ey. Aber komm doch immer mehr. Oh, das ist doch Wahnsinn, ey. Oh, das ist doch Wahnsinn. Oh, das ist doch Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn. Um, das ist auch Wahnsinn, ey. Oh, äh! � Spannende 3 4 4 5 5 6 8 6 7 6 10 11 10 11 12 12 14 12 12 14 12 14 13 13 14 12 Einige von uns, ja. Aber kurz bevor wir die Korpsen verletzten, Skynet hat drei Terminators zurückgebracht. Die einzige in unsere Macht ist, dass sie die Protektoren zu treffen. Protektoren? Die, die sicherlich die Sicherheit der Menschen für die Termination verletzten. Der erste Protektor muss sein, Sgt. Kyle Reese. Er wird nach der T-800, die meine Mutter schützt, als wir sprechen. Die T-1000? Der T-1000? Ein Terminator, aus einem Polyalloy-Terminator zurückgebracht hat, als Kind. Ein einziger Protektor, von Skynet. Es ist zu stark für ein einziger Mensch. Das ist, dass wir einen Terminator haben. Sie haben diese CPU, die Mac reprogramm? Ich habe. Sie wollen einen Terminator schützt, um sich selbst zu retten? Sie werden nicht Angst. Ich werde. Dann gibt es das Thema der Infiltrator, die Sie hinterlassen. Die Krieg kann enden für Sie jetzt, aber die Frage ist, ob Sie bereitstellt, um Ihre Zukunft zu retten, um Ihre Vergangenheit zu retten? Sie sind hierher, Sie haben bereits gewonnen, dass dies nicht außerhalb Ihrer Möglichkeiten ist. Aber ich lasse die Entscheidung für Sie. Ich kann mich auf meine Vergangenheit verletzten? Ich glaube immer, dass die Zukunft nicht fest ist. Es ist kein Feind, aber das, was wir für uns selbst machen. Sie haben das Macht, um es zu ändern. Und diejenigen, die Sie interessieren. Also, was wird es dann sein? Ich schrei, Sie in der Zeit zurück. Ich werde es tun. Ich werde zurück. Ich bin. Ich hoffe, ich werde nicht getötet werden. Lass uns beginnen. Ich bin. 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 John Connor vorbereitet den Zeit bisplacementen His objective was to protect Sarah Connor, John's mother. The second one was not a man, but a Terminator. Using the chip Dr. Mac reprogrammed, we took control of a single infiltrator unit, Cyberdyne Systems Model 101. It was sent back to 1995 to intercept the sole T-1000 prototype and protect a young John Connor. I couldn't have someone risk their life to protect me. That's why I decided to go myself. It gave me a chance to right the wrongs of my actions. After 30 years, this war against the machines is finally over. But not all of us lived to see the end of it. We never found Beren's body in the shelter. She never stopped fighting. And if she's still alive, I doubt she ever will. She was the leader we needed in wartime. But I'm not sure if she'll find a place during this time of peace. Erin died in that shelter. She believed that her work was helping win the war, and she was right. I hope now she can finally rest. Ryan stayed in the shelter and died. He was a good man, with a good heart. Jennifer and Patrick left before the attack. I'm glad I convinced her to leave. I hope that our paths will cross sometime soon. Baron asked me to kill Mac, but I couldn't do it. He left soon after my warning, only to be captured by Skynet. We found him alive in one of Skynet's prisons. And as for me, it was time to start over. Listen to me if you want to live. Listen to me if you want to live. I'm glad I'm glad to kill myself. Hammer, Hammer, geil. Also da würde mich auf dem Nachfolger wirklich freuen drüber. Gameplay super geil, Story voll geil, Grafik auch super geil. Hat richtig, richtig Bock gemacht, ey. Da hat man wieder richtig Bock, die Terminator-Filme zu gucken. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und sehen uns auf jeden Fall in ein anderes Spiel wieder. Also, haut da rein und bis dann. Vielen Dank.